Ich bin hinter dir, Woody. Boss, irgendjemand ist da, Boss. Geh du mal da, ja genau, da. Nach vorne und schau um die Ecke. Weißt du was? Da ist einer, ich könnte ihn killen. Haben. Ja, ich komme zu dir. Checkpoint erreicht. Oh. Scheiss. Kannst du ihn ausschalten? Ja. Den oben auch? Ja. Da ist ein rotes Fass vor dir. Vor mir? Oh ja, ich sehe es. Da bin ich nicht so gerne nebendran. Nebenroten Fässern. Okay, ich bin oben. Oben. Ich komme auch hoch. Wollst du jetzt bei der Laterne hochsteigen? Sah so aus. Nichts. Gib die Deckung. Ey, ist gut. Gut. Ja, Alter. Jetzt haben sie uns bemerkt. Achtung. Der vier. Ich weiß nicht, wie ich das sprenge. Wie spreng ich das jetzt? Äh. Keine Ahnung. Mit dem Zünder. Geh mal schauen. Wie kriege ich denn den Zünder? Also, ich sehe niemanden. Oh, aber sie sehen nicht. Gibt es ja vier, dass ich nicht zünden kann? Oder ich nicht weiß, wie ich zünden kann. Okay. Gibt es da noch einen Weg nach unten? Guck, guck. Äh, danke. Gehen geschehen. Ich weiss nicht. Such mal einen Weg nach unten. Sonst gehe ich nach unten. Ich bin unten. Oder? Ich sehe Gegner. Ich bin unten. Warst du das? Warst du gerade das rote Fak? Hm. Jupp. Das war ich. Einfach so ins Mikro husten. Ich hab neben das Mikro gehustet. Hat sich aber nicht so angehört. Oh, oh. Ah, das bist du. Sorry. Ich hab dir in den Fuß geschossen. Hab nichts gespürt. Oh, scheiße. Unter mir. Ich bin tot. Okay. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Wieder da. Jetzt hab ich dich, du Sau. Boah. Dieser, dieser scheiß Kisten, die hier überall, überall herum liegen, die nerven tierisch. Ich bin oben. Ist unten alles frisch. Also wie, du bist oben. Ich bin oben. Da wo wir weiter müssen. Okay, ich komm auch. Ist er da durch die Tür gegangen? Er ist einfach die Treppe hoch gegangen. Okay, ich nehm glaub ich einen anderen Weg. Ich bin bei Ausrüstungskisten. Okay, ich bin in einem Treppenhaus. Okay. Treppenhaus. Ich bin jetzt oben, glaub ich. Wer bist du entfernt vom Ziel? Äh, wo ist das scheiß Ziel? 70 Meter. Okay, ich 53. Ich hör dich. Hast du gerade eine Tür aufgemacht? Ja. Komm, zu mir. Ah ja, da bist du. Ach, okay. Nimm da noch kurz Munition mit. Dann nehm die Munition mit. Und, äh, ich nehm andere Granaten. Hm. Wie kann ich, äh, die Granaten wechseln? Weißt du das? Indem du auf die Granaten klickst. Ist jetzt egal, weiter. Ah ja, ich hab's herausgekommen. Ich, ich, äh, höre sie schon. Ah ja, ich hab's herausgekommen. Ah ja, ich hab's herausgekommen. Ah ja. Ich hab hier Gegner. Ich hab hier zwei Gegner. Das halten wir aus? Okay, also ich, ich mach meine. Okay. Ich hab meine ausgeschaltet. Okay, ich bin entdeckt worden. Alter Scheiße. Kannst du von oben nach unten schießen? Das würde mir einen Haufen Arbeit ersparen. Bin dabei. Ich hab schon vier erledigt. Da unten ist eine mit dem Schild. Jawoll. Ich geh auch noch kurz hier. Ich seh, glaub ich, keinen mehr. Ich komm jetzt mal runter. Ich komm mal runter. Boah, macht's eh wie eine kleine Explosion. Ich bin da bei dir. Okay, ich hab einen Weg, um weiter zu gehen. Jo, ich bin bei dir. Ähm. Alles safe hier. Moment, Moment. Da ist nicht höher. Aber es ist nicht hier. Oh. Scheiße. Deckung. Da hinten ist einer. Oh. Oh. Ich kann hier nicht in Deckung gehen. Ich kann hier nicht in Deckung gehen. Wieso kann ich hier nicht in Deckung gehen? Gut, haben. Moment. Ich will dazu jetzt noch irgendwo in Deckung. Zuerst also. Gut. Hööööööööööö? Ich schieße durch den durch. Das ist irgendwie doof. Jetzt habe ich ihn. Danke sehr. Achtung. Bleib da, wo du bist. Da vorne war irgendetwas. Es wimmelt hier nur so von denen. Okay, warte, kannst vorrücken. Moment, da kommt einer. Vielleicht der, der nicht... ...eben zu abknallen versuchte. Einer müsste in deiner Richtung gekommen sein. Und was heißt meiner Richtung? Ah, tot. Wo bist du? Da links. Ich gehe runter. Okay, ich gehe auf der anderen Seite runter. Hier ist es ganz schön taff. Ich weiß nicht, wo du bist. Ist bei dir alles okay? Ja. Alles im... ...lot. Ach, da bist du okay. Da unten durch die Tür kamen ziemlich viele. Wie du rechts, ich gehe links. Hey, hast du Paco gesehen? Paco ist weg. Seit gestern Nacht. Weißt du, in welches Team sie ihn gesteckt haben? Drittes Angriffsteam. Das sind zwei. Siehst du die auch? Geht weiter! Wo bist du? Ah, gut. Ich bin auf der anderen Seite. Oh, scheiße. Ich habe nicht gesehen. Ich dachte, du nimmst den. Geh du wieder rechts. Ich gehe auch rechts. Ja. Okay, ein Hauch von Nichts. Ein Hauch von Schicksal. Galypso. Da gehen wir mal nach oben. Äh, ja. Ja, geht freiwillig. Aber wir gehen weiter. Komm mal runter, hier ist wichtig. Ja, ich weiß. Der Splinter Cell Typ. Mit der Desert Eagle hat er ihn abgeknallt. Ich habe immer noch das Gefühl, ein Idiot zu sein. Du bist ein Regenbogen. Ich muss auf mich selber achten. Eigentlich schade, dass es so enden muss. Gabe. Bisher. Versuch einfach durchzuhalten. Jetzt. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ich hatte keine Chance. Ich war nicht in Deckung. What? Ich habe alles in die Luft gejagt. Oh Gott, was hast du gemacht? Ich habe uns das Leben gerettet. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Like a Jukebox Hero. Ah. Jukebox Hero? Wieso bewege ich mich? Oh Gott, ist das so ein Scheiß-Zombie-Spiel jetzt? Ja, jetzt spielen wir... Da kommt ein verdammtes... Wie heißt das da? Mit dem kranken Doktor. Mit dem kranken Doktor? Ja, ja. Ja, ähm... Oh Gott. Ich habe Flugzeuggeräusche. Kranker Doktor. Was für ein kranker Doktor. Ich habe sie überlebt. Was für ein kranker Doktor. Was für ein kranker Doktor? So ist da Blut am Helikopter. Da war immer Blut. Was meinst du jetzt mit kranken Doktor? Ich weiß nicht, wie das Spiel heißt. Aber ich würde sagen, wir sind am Ende von dem Park. Ich weiß es auch. Wir haben in den letzten Tagen ohne Pause gearbeitet und wir haben gute Freunde verloren. Die Mission ist für heute zu Ende. Aber wir... Gabes Taten ärgern mich genau wie sie alle. Wir werden uns um ihn kümmern, wenn wir soweit sind. Und das ist mein letztes Wort dazu. Gary, ich werde deine Hilfe brauchen. Gut, danke fürs Zuschauen. Tschüss Leute. Tschüss.